Samsung Electronics, Technologie-Gigant mit über 3% Dividendenrendite, höhere Marktkapitalisierung als Intel beispielsweise und trotzdem irgendwie nicht im Bewusstsein der meisten Anleger, dass das ein interessantes Investment sein könnte, vor allem für Dividendeninvestoren, denn die sind allgemein oder öfter schwach auf der Brust, was Technologieaktien angeht und für die könnten eben über 3% oder 3,13% sind es momentan Dividendenrendite durchaus interessant sein. Wir schauen uns also jetzt mal Samsung Electronics näher an. Zu meiner Person, ich heiße Thorsten Tiet, ich bin der Gründer der Seite Aktienfinder.net, Plattform, wo es ums langfristige Investieren geht, um von steigenden Kursen und steigenden Dividenden zu profitieren. Also Samsung Electronics, wenn wir hier mal schauen, ich habe hier nach Technologieaktien sortiert und die größten oben, dann eben absteigen nach Marktkapitalisierung. Wir sehen hier Samsung Electronics, hier oben dann die üblichen großen Riesen, momentan Platz 1 nach Marktkapitalisierung Microsoft, dann Apple, Amazon, Google, Facebook, alles Amerikaner, so weit, so far hätte ich beinahe gesagt, dann Alibaba, Tencent, also die beiden Südkoreaner, die beiden Chinesen, Entschuldigung. Und jetzt kommt Südkorea mit Samsung. Samsung hat eine Marktkapitalisierung von 231 Milliarden Euro. Und hier sehen wir dann ebenfalls die Dividendenrendite, 3,13%. Und die 230 Marktkapitalisierung Milliarden sind eben größer als beispielsweise Cisco oder hier Intel mit momentan 205 Milliarden Euro Marktkapitalisierung. Und SAP als größter Technologiekonzern käme auf 136 Milliarden Euro Marktkapitalisierung, also Samsung deutlich größer. Wenn wir die Dividendenrendite ja nochmal uns näher in Augenschein nehmen, dann sehen wir ja die 3,1% bei Samsung. Und wir sehen eben, dass kein Technologiekonzern eine so hohe Dividendenrendite ausschüttet. Erst bei IBM hier unten mit einer Marktkapitalisierung von 111 Milliarden, also deutlich kleiner. Es sind nicht mal halb so groß wie Samsung die Marktkapitalisierung. Da sehen wir, dass es 4,5% Dividendenrendite gibt. Aber IBM krebt ja schon länger vor sich hin. Und das kann man von Samsung nicht behaupten. Die Dividendenrendite im historischen Verlauf kann man sich hier nochmal schön angucken. Im Dividendenturbo, da sehen wir eben, dass die historische Dividendenrendite deutlich niedriger war. Die pendelte irgendwo zwischen halben und 1,5% historisch gesehen. Wir hatten hier oben mal in 2008 Finanzkrise 1,65%, 2010 auch ungefähr so viel. Und dann aber auch mal wieder deutlich drunter, also unter dem halben Prozent. Dann mal hier wieder etwas drüber, ging es wieder rund nach unten. Und dann würde ich jetzt mal sagen, so ab im Jahr 2018, also erst seit der jüngsten Vergangenheit, da ist die Dividendenrendite förmlich explodiert. Spitze sogar 3,66% und eben momentan hier bei 3,13%. Auch interessant übrigens, dass die Dividendenrendite weiter steigen soll. Das sieht man dann eben hier. Und wir hätten dann im Jahr 2021, Anfang 2021, schon eine Dividendenrendite von nahe 4%. Für einen Technologiekonzern, der so schlecht nicht ist, auch bezüglich Kursgewinn, das will ich mir nämlich auch mal jetzt gemeinsam mit ihr anschauen. Hier hinten sehen wir ja die Kursgewinner. Wenn wir uns die langfristigen Kursgewinner angucken, also ohne Dividende, das kommt dann nochmal oben drauf, dann hätten wir eben mit Samsung 290% Kursgewinn erzielt in 10 Jahren. Das ist jetzt nicht so viel, wie man mit den Fangaktien hätte machen können. Also hier Apple, Amazon, die sind ja schon vierstellig, also über 1.000%. Auch hier Netflix knapp 6.000% sogar. Aber wenn wir uns so diese großen gestandenen Technologiekonzerne eben angucken, wie beispielsweise Inter hier 220%, Cisco 180%, aber auch hier sogar Elphabet, das ist jetzt auch nicht so stark davongezogen. Jedenfalls dann ist Samsung immer noch, würde ich jetzt sagen, solides Mittelfeld mit knapp 300% Gewinn. Das zusammen mit der Dividendenrendite und eben Technologiekonzern, weil Technologiekonzern und Dividendenstrategie, das sind so Dinge, die nicht inkompatibel sind, aber wie gesagt, da sind die Dividendenanleger meist ein bisschen schwach auf der Brust. Und das sind also Faktoren, die die Aktie durchaus interessant machen könnten. Wenn man sich für Samsung anfängt zu interessieren, dann stellen sich einem meistens ein paar Fragen. Die eine Frage ist bezüglich der Aktie. Ich bin hier auf den Investor Relations und da sieht man, dass es zwei Aktien gibt. Es gibt einmal die eigentliche koreanische Aktien, dann gibt es so ein Global Depository Receipt, quasi für die Ausländer, damit die auch relativ einfach an die Aktie kommen. Das wären dann die hier. Und um das Ganze noch ein bisschen zu verkomplizieren, gibt es eben die normale Aktie und dann so eine Vorzugsaktie. Um das zuerst zu klären, ich habe geguckt, die Vorzugsaktie, die hat dann eben keine Stimmrechte und gibt ein bisschen höhere Dividende, aber das ist echt im Mikrobereich, das fällt kaum auf. Und es gibt sehr viel mehr allgemeine Aktien als Vorzugsaktien. Ich habe mir auch mal hier auf TradingView angeschaut, was so die unterschiedlichen Aktien, wie so deren Kursverläufe sind, damit ich auch sicherstellen kann, dass wir hier immer quasi ins gleiche Unternehmen investieren und nicht jemand kauft eine Samsung-Aktie und da läuft der Kurs total aus dem Ruder oder total anders wie bei der Haupt-Samsung-Aktie, damit sowas nicht passiert. Wir haben hier also die Hauptaktie, sage ich mal, also die Stamm-Aktie, so nennt man das ja, von Samsung, also die KRW-Aktie, die koreanische. Und dann habe ich hier einmal die koreanische Vorzugsaktie eingeblendet. Da sieht man im Prinzip, dass der Kursverlauf sehr ähnlich ist. Hier gab es mal kleinere Ausreise, aber im Prinzip sind wir hier sehr parallel unterwegs. Und dann habe ich auch noch die ausländische Aktie, Stamm-Aktie eingeblendet. Da sieht man auch, dass der Kursverlauf sich mehr oder weniger, ja, dass die mehr oder weniger gleich laufen. Und dann habe ich noch so eine American Depository Receipt mal reingenommen hier. Falls man in Verlegenheit käme, mal das vielleicht zu kaufen, da sieht man, dass es auch parallel verläuft. Warum es da allerdings keinen Kurs gibt, kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich würde die ADR eher nicht nehmen, ist auch Over-the-Counter hier, OTC, sondern entweder die, also höchstwahrscheinlich diese Aktien hier nehmen. Im Aktienfinder analysieren wir allerdings diese Aktie, also quasi das Original. Das mache ich deshalb immer, weil ich Währungsverzerrungen minimieren möchte. Das heißt, wenn ich diese Aktie hier mir angucken würde, dann würden die fundamentalen Grenzahlen dieser US-Aktie, da steht es schon, auf Dollar gehen und dann hätten wir halt 100% Kursverzerrung durch den Dollar drin und würden das betriebswirtschaftliche Bild von Samsung im Rahmen der fundamentalen Analyse eben ja verzerren. Deshalb gehen wir hier zum Original. Das heißt aber auch, wir müssen uns dann mit dem koreanischen Won rumschlagen, uns ein koreanischer Won. Ja, da ist 1 Euro Cent 13 Won wert. Das Problem, das ist so ähnlich wie bei den japanischen Yen, mit dem koreanischen Won. Das ist, die haben jetzt nicht diese zweigeteilte Währung, wie wir es jetzt beispielsweise haben, mit Euro und Cent oder US-Dollar Cent, britischer Pfund und britischer Pence, sondern die haben halt nur den Won, wie die Japaner nur den Yen haben und das führt halt zu einer, jedenfalls aus meiner Sicht, zu einer gefühlten Hyperinflation. Also man schlägt sich da mit Zahlen rum, wenn man Samsung fundamental analysiert, mit Billionen von Yen schlägt man sich da rum und das sind sehr ungewohnte Größenordnungen. Man fragt sich da schon ein bisschen am Anfang, wie eine Volkswirtschaft so überhaupt funktionieren kann, aber scheinbar tut es dem Wirtschaftswachstum keinen Abbruch in Südkorea. Also es funktioniert trotzdem. Aber ich habe das jetzt mal als Warnung vorausgeschickt. Was ich auch noch immer gerne anschaue mir, und das machen wir jetzt auch mal, erst mal um ein Gefühl zu kriegen, was das Unternehmen überhaupt macht, das ist, ich gucke mir gerne mal hier die unterschiedlichen Segmente an und uns einfach da zu sehen, wo die so tätig sind. Die meisten von uns kennen ja schon Samsung. Als Konsumenten hat man entweder mit einem Samsung, man hat entweder so ein Samsung Smartphone vielleicht zu Hause oder so einen Fernseher. Wenn man einen Fernseher zu Hause hat oder einen Kühlschrank oder auch Klimaanlage, dann wäre das das Segment Consumer Electronics. Die machen hier 42 und ich glaube jetzt kommt es, Billionen Yen, nein, 42 Billionen Yen haben sie in 2018 gemacht. Falsche Formatierung, das hier soll ein Jahr sein. So, jetzt ist es richtig. Und dann haben wir Information Technologies, da sind eben die Smartphones drin. Und das sind auch Laptops, falls sie die überhaupt noch herstellen oder was sie auf jeden Fall noch machen, sind Tablets und so weiter drin. Die sind also schon mal gut doppelt so groß, also 100 Billionen Yen. Und dann haben wir hier Device Solutions, da ist vor allem der Speicherbereich drin, das ist der größte Segment, knapp 120 Billionen Yen. Und dann Hamann, das ist irgendwie Soundsystems mit Autos und so. Also ziemlich klein. Und wenn wir uns das einfach mal kurz angucken, im Vergleich, da sehen wir, dass wir jetzt zwei Segmente haben, die momentan ein bisschen schwächeln, Consumer Electronics und dann eben Information Technology, da wo Smartphones drin sind. Und der Speicherbereich, sage ich mal, der wächst momentan noch. Und das Hamann ist eigentlich eh nicht interessant, weil es so klein ist. Noch kleine Randbemerkung, wenn ich alles hier zusammen addiere, dann komme ich auf 270 Billionen Yen. im Jahresbericht steht aber 243 Billionen Yen drin. Ich denke, da gibt es noch interne Verrechnungen, weil das eine Segment dem anderen Segment was liefert. Also insgesamt sind es 243 Billionen Yen. Und wie man es hier eben sieht, insgesamt 1,4% Umsatzwachstum von 2017 auf 2018. Ist jetzt im Vergleich zu Facebook und Co. jetzt nicht die Welt. sind halt hier eher, ja, sage ich jetzt mal, wir haben es halt hier mit dem Hardware-Lieferanten oder Hersteller zu tun. Und da sind jetzt eben die Wachstumsraten anders als im Softwarebereich. Ist jetzt eher halt wie Intel, Cisco oder so zu sehen. Was Smartphones angeht, da will ich auch noch kurz was zeigen. Alles so zur Einstimmung. Hier sind von Gartner die neuesten Zahlen. Das habe ich von Golem.de mir mal geholt. Und da sehen wir, dass der Smartphone-Bereich allgemein eher schwächelt. Also wir haben hier mehr Minus stehen beim Wachstum, Quartal zu Quartal. Wir haben hier auch eben Samsung mit 8% Minus momentan. Es gibt nur zwei Gewinner, Huawei und Vivo momentan, die viel gewonnen haben. Alle anderen Handy-Produzenten haben verloren, also haben weniger Stückzahlen verkauft als vorher. Es geht hier um Stückzahlen und dann eben um den Marktanteil. Nichtsdestotrotz, Samsung ist immer noch die Nummer 1 nach der Anzahl der verkauften Smartphones. Huawei ist der Gewinner quasi des Quartals, nicht nur des Quartals. Und Huawei nimmt ja insbesondere hier Apple momentan die Butter vom Brot. Apple hat um 30% weniger Smartphones verkauft. Habe ich auch ein Video gemacht, wo ich mich weit aus dem Fenster gelehnt habe. Und wie man gesehen hat, tun die 30% weniger Smartphone-Abverkäufe dem Aktienkurs keinen Abbruch. So viel mal zur Einstimmung. Segmente haben wir gesehen und da würde ich sagen, gucken wir uns jetzt mal im Aktienfinder Samsung an. Und zwar am besten gleich in der Vollanalyse. Und da ändern wir mal das Layout. Und gehen einfach mal so ein bisschen die Charts durch. Und da kriegt man ein sehr gutes Gefühl für die Aktie an sich. Beziehungsweise für das Unternehmen. Wir sehen ja erstmal, dass wir Gewinnwachstum haben. Wir sehen, es geht auf und ab, so ein bisschen in Wellenform. Aber die Grupprichtung stimmt. Also von links unten nach rechts oben. Was auch immer schön ist, das ist, wenn der operative Cashflow sich relativ gleich, also parallel verhält beziehungsweise verläuft wie der Gewinn. Dann haben wir hier keine Bilanzierungsschweinereien wie bei Netflix beispielsweise. Oder auch keine außergewöhnlichen Geschäftsvorfälle wie jetzt beispielsweise irgendwelche Klagen oder große Rückstellungen oder sonstige Dinge. Also hier verläuft das alles sehr schön. Wir machen mal kurz Outlook zu. Was auch gut ist, das ist der freie Cashflow. Da sieht man, dass der freie Cashflow die Dividende locker deckt. Und wir müssen wir uns also um die weiteren Dividendensteigerungen so erstmal auch bei relativ niedrigen Wachstumsraten keine Sorgen machen. Wo wir auch Wellen sehen, das ist bei den Margen. Da sehen wir also ebenfalls diesen zyklischen Charakter, den wir beispielsweise auch ganz stark im Speichergeschäft haben, aber jetzt auch im Smartphone-Segment. Und das sind so die zwei ganz starke Standbeine von Samsung. Wir sehen aber hier bei den Margen, was mir ganz gut gefällt, ist, dass wir zwar hier einen Wellencharakter haben, aber die Margen, die schaukeln sich quasi nach oben. Wir sehen aber auch, dass die Margen oder dass das Geschäftsjahr jetzt doch eher mau sein soll, was jetzt die Margen angeht, was den Umsatz angeht. Und auch hier, was letztendlich dann den Gewinn bzw. den Cashflow pro Aktie angehen soll. Und das erklärt sicherlich auch ein Stück weit hier den Kursrückgang. Samsung hat ja ganz stark angezogen hier von 2016 dann auf bis zu ungefähr Mitte, Spätjahr 2017 hat ja Samsung über 100% zugelegt. Und dann eben kam jetzt dann der Einbruch oder nach 2017 kam jetzt eben sagen wir nicht Einbruch, sagen wir Konsolidierung hier, sind wir noch 20% knapp entfernt vom damaligen Höchstkurs, also 18%. Und das hat sicherlich etwas mit den getrübten Aussichten hier zu tun. Wir sehen aber dann auch, dass es dann wieder, wenn auch jetzt nicht auf Facebook-Niveau, aber dass wir dann dennoch dann wieder der Gewinn, Umsatz und so weiter anziehen soll und die Margen dann wenigstens stabil bleiben sollen. Was wir hier sehen, das ist die finanzielle Stärke von Samsung, was erstmal nicht schlecht ist, das ist, dass es hier wenig Gutwill gibt, also es gibt Gutwill, aber der Gutwill geht total unter im Rest der Bilanz, wenn wir noch das Kernvermögen und die Cashbestände hinzuzählen, dann sieht man den kaum noch. Von da sind also keine außerordentlichen Abschreibungen zu erwarten. Wenn wir uns mal die Schulden angucken, hier dazu einblenden, dann sehen wir eben, dass die Schulden noch relativ niedrig sind, also das hier ist im Prinzip das Vermögen der enge Balken von Samsung und dann haben wir hier eben diesen roten großen Balken, das ist quasi der Teil des Vermögens, der schuldenfinanziert ist und der ganze Rest ist quasi Eigenkapital finanziert. Was auch interessant ist, Treasury Stocks, es gibt zwar Aktienrückkäufe, aber die werden wohl sofort vernichtet, weil da werden keine Treasury Stocks ausgewiesen und was auch interessant ist, das ist, wenn wir die Schulden uns angucken in Bezug zur Tilgungskraft, also Tilgungskraft ist quasi der Free Cashflow abzüglich Dividenden, das heißt wirklich, das was an Geld ins Unternehmen reinkommt und nicht wieder ausgeschüttet wird. Das nenne ich Tilgungskraft, also das gibt es so nur im Aktienfinder, selbst ausgedacht und das kann man jetzt in Bezug stellen zu den gesamten Schulden des Unternehmens und kriegt dann eben so eine Vorstellung, wie gut das Unternehmen, wie gut Samsung seine Schulden abbezahlen könnte und da sieht man, da sieht man erstmal, dass es riesige Zahlen sind, diese Wons, die sind unglaublich groß, ich versuche jetzt gar nicht hier zu sagen, was für eine Zahl da jetzt eigentlich rauskommt, sind, also wir haben 91 Millionen Millionen koreanische Wons, Schulden und wir haben aber, das Wichtige ist jetzt nicht, das sind jetzt nicht die absoluten Zahlen, sondern die Relation, wir haben also eine Tilgungskraft, ich nenne jetzt einfach nur die Millionen Zahlen, naja eigentlich sind es hier Milliarden von 26 Milliarden Millionen koreanischen Wons und Schulden von 91 also werden die Schulden in ungefähr vier Jahren getilgt, also jetzt mal grafisch ausgesprochen, wäre, sind diese Schulden, dieser Schuldenbalken viermal höher als der Balken der Tilgungskraft und hier sieht man auch nochmal dann den freien Cashflow abzüglich Dividenden, das gibt eben die Tilgungskraft und das eben, obwohl wir momentan eher so in der Stagnationsphase sind. Das zeigt einfach, dass wir hier mit Samsung ein sehr solides Unternehmen haben und die sind, also man muss nicht Angst haben, dass Samsung pleite geht. Was wir hier sehen, das ist, wie viel Spaß Samsung in der Vergangenheit Aktionären bereitet hat. Wir sehen eben, dass es schlechte Jahre gibt und wir sehen, dass es gute Jahre gibt. Wir sehen, dass die grünen Balken höher sind als die roten, das heißt, es geht, die guten Jahre machen mehr Spaß als die schlechten Jahre Trauer verursachen. Wir sehen aber auch jetzt, dass im Jahr 2018 wir eben 25% Verlust erlitten hatten. Das war also kein Spaßjahr, das war das schlechteste Jahr überhaupt seit 2005, was Kursverluste angeht. Hat aber natürlich damit zu tun, dass die Aktie hier ein bisschen stark angezogen ist. In 2016 und 2017 jeweils über 40% an Kursgewinn erzielt. In 2018, also in 2019 jetzt, also im laufenden Jahr, haben wir dann wieder hier 17% Kursgewinne erzielt. Wenn wir uns dann nochmal hier die kumulierten Dividenden angucken, dann sehen wir auch hier schön die nach oben gekrümmte Kurve, was für dynamisches Dividendenwachstum spricht, auch nicht verkehrt. Da kommen wir dann zur Bewertung. Hier haben wir wieder die Dividendenrendite mit den 3,13%, aber das haben wir im Dividendentum schon etwas schöner gesehen, weil wir es dann nach Monaten haben. Da sieht man es dann etwas deutlicher. Aber hier gucken wir uns die Bewertung an und da sieht man, und das macht es vielleicht auch noch ganz interessant, eben sehr niedrige KGVs und KCVs. Wir vergleichen hier immer nur Samsung mit sich selbst. Da habe ich auch vor kurzem Video so gedreht. Ich denke, das ist die Verwendung des KGVs oder KCVs, die am sichersten ist. Wenn man das gleiche Unternehmen mit sich selbst vergleicht und nur quasi hier auf unterschiedlichen Zeitebenen agiert, aber wir sehen ja auch hier Samsung gerade als nicht Softwareunternehmen, sondern als Hardwarelieferant, da bleibt Samsung Samsung und verändert seinen Charakter jetzt nicht relativ stark innerhalb einer kurzen Zeit. Das heißt, man kann hier schon relativ gut mit diesen historischen Multiples arbeiten. Ich möchte mal hier die höchsten KGVs nehmen. Die waren früher, da war das KGV ungefähr bei 12, manchmal bei 15, aber 12 ist im historischen Vergleich schon hoch gewesen. Hier war es mal 10 in 20, 15 und ein historisches Tief hatten wir jetzt eben am Ende des Jahres gehabt, nachdem wir hier diesen starken Kursverlust hatten. Wo war er? Hier, jährliche Kursgewinne. Also hier, dann, also nachdem wir diesen starken Kursverlust hatten, kamen wir dann auf einen KGV von nur 7. Momentan haben wir eben jetzt wieder einen KGV von knapp 9. Sind aber, sind leicht über dem historischen Mittel damit, sogar, also über 10-Jahres-Mittel, da war es 8,5 und jetzt 8,7 und bezüglich dem operativen Cashflow sind wir jetzt genau mit 4,6 im historischen Mittel, beziehungsweise im 10-Jahres-Mittel drin. Also, wir können jetzt schon mal mehr oder weniger sagen, dass die Aktie fair bewertet ist. Hier unten haben wir dann auch die fairen Werte. Den Fair Value Dividende können wir nicht nehmen, weil die Dividendenrendite eben relativ stark angezogen ist in den letzten Jahren. Das sieht man ja sehr leicht hier. Die Dividende ist sehr stark angezogen. Das treibt natürlich den Fair Value Dividende nach oben, ist aber nicht mehr aussagekräftig, deshalb machen wir den weg. Und dann sehen wir hier eben noch den operativen Cashflow und den Gewinn sehen hier, dass die Aktie historisch betrachtet ab und zu über- und unterbewertet war. Jetzt möchte ich mal den Tooltip hier wegkriegen, damit man das schöner sieht, aber der macht mir jetzt die Freude nicht. Mal über- mal unterbewertet und ich würde jetzt hier den fernwert nehmen, hier für das Geschäftsjahr 2019 und zwar um eher ein bisschen vorsichtig zu agieren, weil wir ja sehen, dass hier wir erstmal mit rückläufigen Gewinnen zu rechnen haben, deshalb würde ich nicht den fernen Wert nehmen, der auf höheren Gewinnen und Cashflows basiert, sondern lieber den fernen Wert, der ermittelt wird auf Basis niedriger Gewinne und Cashflows, dann sind wir schon mal eher auf der sicheren Seite und da hätten wir eben faire Werte, die dem aktuellen Aktienkurs sehr, sehr nahe kommen und das heißt eben aus meiner Perspektive, dass die Aktie fair bewertet scheint. Wir haben dann eben leicht anziehende Gewinne, prognostiziert jedenfalls, sodass dann die Aktie leicht in Unterbewertung reinkäme. Dadurch, dass die Bäume aber hier nicht in den Himmel wachsen, würde ich jetzt nicht mit horrenden Kursgewinnen rechnen. Ich würde damit aber rechnen, dass die Aktie langfristig an Wert gewinnt und vor allem die Dividende weiter steigert. Und deshalb könnte eben Samsung gerade für Dividenden Investoren eine interessante Beimischung sein, weil wie gesagt Dividenden Investoren sind meistens was Technologie Aktien geht nicht so gut aufgestellt. Soweit also zu Samsung. Ich hoffe das hat einen kleinen Einblick in die Aktie gebracht und in das Unternehmen auch. Dann danke für das Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.